Was ist denn jetzt? Halt die Klappe. Bitte? Du sollst die Klappe halten! Du sagst mir nie mehr, was ich zu tun habe. Was ist das? Es ist genau das, was die wollen. Was redest du da? Oh, wenn wir die Sache nicht gemeinsam zu Ende bringen, haben wir keine Chance. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.